In der Gandalf Donnersteppe kann es vorkommen, dass Norb vom Blitz getroffen wird. Das ist ja toll. Niemand weiß wann und wo die Blitze einschlagen, daher sollte man nicht regungslos herumstehen. Unterhalb der Blitzarbeiter schlägt der Blitz nicht ein, man sollte stets Schutz suchen. Wenn man jedoch ein Blitzarbeiter in der Nähe ist, kann man sich mit Extremblitz einschlägen ausweichen. Unterbrochen X zu drücken könnte allerdings gefährlich sein. Ja, das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. Eine angenehme Reise. Es gibt nämlich eine Art Quest, kann man sagen. Diese Blitze, die man sieht, Moment, ich werde meinen Controller kurz weglegen. Hat nämlich ein bestimmtes Ziel. Irgendwo stand da, muss ich mal gucken wo das war. Man muss glaube ich 200 Blitzen ausweichen, damit man da ganz tolle Sachen bekommt. Irgendwo stand da, kriegt die mindestens 5 in Ladung. Wenn sie 200 Blitzen erfolgreich ausweichen, erhalten sie den höchsten Preis. Aber das kann sie mit der Blitzen-Müll-Monster eigentlich besser. Verschämt diese Herausforderung lieber auch später in Liste. Auch bei Geheimnis ist das ok. Man muss nämlich 200 Blitzen hintereinander ausweichen, ohne einmal getroffen zu werden. Und das ist, Alter, glaub mir, ich habe es nie geschafft, nie. Also ich habe es auch nie gemacht, wirklich, weil es geht mir irgendwann voll auf den Keks. Nummer 1. Ne, ich mache das jetzt nicht, Alter, ganz sicherlich nicht. Und jetzt hier einen schönen, ja, Bisse. Dafür dazu. Und Monster. Na, ihr Kleid. Kennt ihr schon mein Bruderherz? Ich steck das nicht mehr ab. Du, 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 du. Und, wutz. Ach ja, der stirbt ja sofort. So, ah. Voll langweilig. Voll langweilig. Und, upsala. Was, Ronny? Ja, warte. Wie viel Kima? 500. Das ist doch was. Da kam auch wieder ein Blitz. Aber das Problem ist nämlich, man soll das ja mit dem Ability Null Monster machen, weil... Es kann passieren, dass man nach dem Kampf direkt einen Blitz einschlack hat. Und dann verliert man wieder alles. So, dann können wir mal den Schatz da hinten holen. Und, zack. So, jetzt brauchen wir allerdings mal... ...leku. Weil... Das hat nämlich einen Grund, warum ich die Bede jetzt speziell trainiere, weil die brauchen wir später zum Boss kamen. So, da ist das nicht so easy. So, da ist das nicht so easy. Elektro-Kugel. Ich versuche mal einen Magiebrecher bei dem Vieh. Ja, das sind trotzdem viel ab. Ja, das sind trotzdem viel ab. Na, klasse. Ja, das war halt so toll. Au. Klau mal den, was... Ah, kommt nur... ...aufputschmittel, naja, immerhin. Ja, auch noch. Scheiße. Kannst nicht golfen. So, dann kann er kein Dings mehr benutzen, kein Zauber. Und dann... Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen problematisch. So, damit uns das nicht normal passiert. Ähm... Ich hab's funktioniert. Hm. Ixion. Stimmt, ja, ein Ixion noch. Hm. Komm her, mein Pferdchen. Warte, jetzt sind wir wieder im Mediakampf. Dann wieder so. So. Das war das hier, umklappen mir dann ein bisschen zu nerven. Was kann wieder Magie, wenn... Warte, schon so auf die nächste Beste, weil die ist so schnell. Hat die macht das richtig Laune dann. So. Warte, jetzt sind wir wieder. Na. Da. So. Na, 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 na. Nein. Ah, da doch nicht. Du musst doch mal vorankommen. Na. Jetzt da. So. Na. Guck mal. Warum ist die mal, wenn ich ganz unten wohin gehört. Wacka. So. Und weiter geht's. Du, 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 du. Da fand ich die, äh, andere Musik auch wieder besser als das mit dem Klavier. Wenn die von früher. Please, don't make it rumble. Doch, was wird rumble? Rumble. Rumbleball. Winschleier. 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 noch ein Monschleier Mensch und doch noch mal eins ob man was klauen kann yeah wow das hat ja echt viel abbezogen oh oh ich taue noch mal verdammt muss Wacker machen kalt naja guck mal ja nicht so geht das was ach jetzt wird so viel wie Ekstasetechnik hieß von Tidos Energieregen boah da hab ich jetzt eine Weile gemacht um da drauf zu kommen und Resistenz gegen ah ne Magie ganz normal Magie also kann Wacker dabei der kann immer schon stummig machen und Rico kann klauen weil diese Elektro-Dimsis die kann man nämlich hier schön benutzen mal gucken wo die sind halt Wasser aber Drachenschuppe ach da ach blitz kann er eh schon ach ne Blitzkugel äh Elektrokugel das ist ne Blitzkugel ach wo ich müsste ja eh mal wieder das hab ich schon eh wenig mehr gemacht oder guck mal so bevor als ich das eh wenig gemacht hätte so so gehen wir auf Ifrit nein ach Ifrit so Wunderhieb anpeilen armen Blitzwasser Elektrokugeln Elektrokugeln Bombersplitter und bestimmt von Bombern Shell Mondschleier dafür sind die Mondschleier gut es ist ne Bühne nur ne Mist wo das drinsteht für was wo und wann irgendwie das alles durchzulesen ist aber sehr ja also von welchen Team man welches Monster bekommt so wir können uns das mal die Hütterkugeln Hyt no gönn Woller die anderen ekstasitechnik wie Opa lernen darum muss ich das ja machen immer wo drauf die Farben ohne oh ne oh Hyt sogar noch Alter das viel ja weder zu viel ja das war klar ach heilt ja noch selbst die Sau und steckt noch die Magie na klar ok lass mal den weglauen Dankeschön so waka machen wir hier den damit endlich mal seinen Maul hält god und ein zu auch hier aber auch glauben so viele Teams haben wir noch nicht dabei die Angriff haben auch eingeholt ja nicht ganz sehr schon einen Schritt weiter, aber gleich, Hammann. Der Angriff ist um 4 gestiegen, das ist gut. Das macht jetzt noch stärker, noch mächtiger, weil es kommt ja bald ein gewisser Kampf in... in, in, in. Bist das schon da? Genau da meine ich. Ein Hinterhalt macht den Scheiß. Alter. Ja, alles auf ihm. Was ist das denn? Le Felix Federer? Ihr schaut nur wieder an. Uuh, ich bin zurück. Das ist gut! Ne, ne, das sieht so relativ wenig aus. Oh, ja! Oh, ja. doch da hat er ob das auch normal ich habe klaut Auf Riko, das ist ja mal ne gute Idee. Mann, Alter, ich hab's doch auf Riko aber ja. Ah, sie sehen welchen Platz. Oh ja, tschüss. Hm, der für ein blauen Ding ist um sie sich herum. Schnell heilen, so. So, Riko hat ein neues Level. Und sie bekommt MP, das total wichtig ist. Ja, und so, zurück. Du kannst ja gucken wie die ganzen... Schätze sind. Gibt es schon den Nordwelt, Mexiko. Ach, keine Ahnung, die sind ganz. Ach, ach, ich hab's in den ganzen. Ach, ach, ich hab's in den ganzen ganzen... Ach, da gibt's ja auch noch, stimmt, denn die kommen wir später. So, äh, Riko, du kennst du deine Aufgabe? Da steh ich. No, no. No. Guck, dass wir treffen. auch klar kommt wieder konnte es hat nicht funktioniert ich habe einen Angriff, aber das würde mir ewig für viele tun. Ein Einzelnen. Ich hasse es. Wenn die Fiecher wieder schneller werden. Oh, wo es verwirrt. Nicht gut. Ich bin schon verstummelt. Ob noch ist klar. Was hat der gekitzen? Na, na. Ich geh aber aus. Der Kick hat das hier. Das kann er eh nicht machen. Na. Oh, da gibt was auf die Pamelaide. Da muss man langsam die Gegner dezinieren hier. Alter. Das Problem ist halt, keiner kann sie enthören, aber töten. Und das ist scheiße, weil dann bekommt sie keine Demons. Keine AP. Und das finde ich auch nicht. Oh ja ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Let's go. Und der letzte Ernährungskarte. Ich bin gut. Ich bin gut. Ratsa. Oh Mann. Ich weiß, wie mach ich schon. So, so. So, so ... kx dann noch wieder hr die kopf unbedingt angriff abwehr und haupt hier seine dieben das ist eine gefahrung Die Bedrückung nicht angreifen, ist ganz einfach, weil, ja, sie hat nicht viel Angriff. Das mit mir natürlich sagt nichts. Ja, können wir aber wieder klauen. Wow, Hyper-Portionen, uuuuuh. Schuss. Alright! Doch, mal ein Spruch. Abwehr, wer hätte ich gedacht? M2, naja, um einen. Dann trifft die Trefferquote mehr, und dann kommt das da noch, und dann kommt da noch Angriff, um 2, bohr, die Frau hat's drauf. Huch. Ich schiebe, was tat ich, ich glaube, das ist nicht gut. Hier, wir mal sagen. Hey, du benutzt nie wie jetzt Tatetechnik, ja, ja, muss ich ja nicht. Ich schiebe, dass ihr erst müsst. Oh, ich bin stumm. Oh, das ist aber schlimm. So, wir machen den mal platt. Alter. Ich hab weiß, Magie? Ach ja, Hass. Alter, wir gehen die ganzen Films wieder drauf, hier, mit dem... Äh, äh, okay, ja. Come back to life! Guck mal drauf, da. Ja. Dann nehmt das weniger aus. Oh, da verschwindet jetzt 1000. 1005 brauch ich. Ach nee, ich brauch Bagger. Ich bin ja ganz um. Ich hab irgendwie noch Gorkin, der will gehabt, außer eins. Und der kriegt endlich HP. Das ist nice. Jetzt hat er 1006. Da wird keiner zwar von mir und ich mithalten. Mit den Augen schon gar nicht. Hä? Ach, ich dachte gerade, als wäre er noch ein Devil gehabt, aber... Hab ich falsch gesehen. Oh, na, ja, nice. Alter, alle in Ekstase. Das ist schon geil. Ja, immer auch nicht. Dafür gibt's jetzt ein Gemetzel. Das war ein super Gemetzel. Das ist nun mal eins. Das ist Nummer zwei. Welcher, das gehen würde. Und Wacker macht man kurz mit drei Stunden. Damit man muss das Tier nichts abziehen. Okay. Rodrigo, wieder mal eine Runde klauen. Hm, oder auch nicht. Man kann sich auch irren. So geil, nicht schwach gesehen, wenn man noch so. Gebt, du Kugel. No. Ich kann nicht viel anfangen, außer Clown. Ja, mit Fucker kann ich genauso nicht anfangen. Ja. Ja! DIN DIN DIN! Ich bin der Ballot! Ich hab' die Kuh, das ist fein! Und... Hör auf! So, jetzt haben wir... Wir haben uns das weiter erreicht. Mal gucken, was ich denn bekomme. Wow! Wow! Ich hab' auch die besten Sachen dabei. Kälte-Schlag. Wo ist denn noch? Stimmschutz gemacht. Die besten Teams sind's noch nicht, die kommen mir aus noch. Boah, ich komm schon so auf die ganze Team Schleife. Das bekomme ich bei nem ganz, ganz bestimmten Fight. Und das sind dann... Ich hab' nicht grad' nie leichtes. So, Miko, ne? Könntest du dein Paar? Da krieg' nur einen Mondschleier, ne? Da krieg' nur eine Elektrikugel. Lop, 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 lop. Das ist vielleicht der Witz. Auf mich. Ah, das ist aber frisch. Die treffe ich eh nicht. Boah, ist die halt getroffen. Mach den Scheiß, Männchen. Ich treffe natürlich nicht mit meinem riesengroßen Schwert. Und wir werden gestimmt. Und alle haben in der Blatt. Das ist nice. Und wir haben ihn eingeholt. Den Strichtypen. Magie, Fortuna. Boah, bräuch' alles nicht. HP! Das ist ja wunderbar. Wunderbärchen. Und eine Ability. Was sah denn da schönes? Blindschock. Ich glaube, da hält der... Dings... Na, der an, der, 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 äh, äh, äh... Der Blimtschock hält länger an als... Normal... Blimtschlag. Der hat ja 5, oder 7, oder? 2? Nur 2? Oh, dann... Ha! Tashin... So, wie... Stimmt, der Schock wäre besser. Na, komm durch. So, Rico... Denkst du uns jetzt mal das hier noch? Danke. Nur einer? Das war zu wenig. Ja. Hier kann man noch mal ein paar Kugeln holen. Unglaublich. Happy 저 siper, hat ihnen nie whisk. Der Dunkelspotium 3 Nachhaltigkeit soll, das ist ja nicht. Ü sweat Здinnen als Ausspr combinierbar. Oh, es ist ja wieder, äh die wieder dran. Ich könnte auch mal die Extarte machen ja genau Hadi. Aber anyway, kein Loch drauf. Ja! Gibt's das? Böse, Alter! Aber brauch ich ja nicht. Okay, scheiße, was das viel noch mehr? Das ist mit deinem Mega-Angriff. Ich hasse den... Hey, richtig. Wacka, war super dein Glück. Das war super. Alter, jetzt verlier ich dann aber ein bisschen... Hm, zwei AP haben gefehlt. Gibt's ja nicht. Ich hab's ja grad am Anfang der Donnerstab, wir müssen noch wirklich zu weit. Alter, jetzt kann ich das nochmal machen. Ey, das war's. So, ey, rechte Kugel. No! Das war's. Das war's. Ich hab's ja nicht. Schnau... Los! Das war... Neu. Wacka, hol mal das Vieh runter. Das nerft. Dump, 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 dump. Ich klinge einfach in dem Vieh. Ach, auf, in die Goldnaden. Okay. Mach die Fünste Blatt. Oh, alle haben Ekstase. Gnackst, Gnackst. Können wir einen Stum-Hup machen? Ich glaub, jetzt mal Angriff. Boah, 29. Darum lassen ich die Kugel nicht angreifen. Ich bin sowieso nix. Später ist dann natürlich wieder anders mit Rico, da wird sie dann richtig viel abziehen. Und sie sind eine neue Abilitude. Was wird schon denn schon? Bei den Fortuna Glück. Da klaut sie dann bessere Sachen, glaube ich. Oder hatten wir Glück, Sachen zu klauen oder sowas. Und Angriff verstärkt. Und zwar... Ja, was hat denn der jetzt überhaupt? Zwanzig, zwölf, dreißig... Muss er bauen? Zwounddreißig. Da läuft der Stecker aus der Grah nicht mehr. Schnauhe. Tapp, 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 tapp. Bei mir... Wie cool. Halbbar, Sportuna. Stecker Glück, der Truppel, ja okay. Ich brauche kein Glück, ich habe zu. So, Waka mach mal hin zu den Viechernplatten. Schon. Achja, halt sich wieder selber, die blöde Sau. Jetzt denke ich nicht meine Extase-Technik benutzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du, 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 du. Hier, mach mal wieder. Hm. Hm. Okay. Hat mir's länger gedauert, aber das sind wir. Und weg mit dem Viech. Und du bist auch weg. Du, 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 du. Oh, ja. Oh, ja. Noch ein paar Tiere. Das ist sehr selten. Oh Gott, jetzt lernt er auch nix. Hm. Lass mal am ätzendsten, wenn du den Level hast und heute einen Stall lernen kannst. Geschick. Das ist doch nett. Und viel sogar. Mann, noch Meter. Vielleicht Tauts dann besser, weil sie selbst geschickter. Was kommt, wie alt waren? Riko und den Teil. 16, 17. Das ist doch irgendwo drin. In der Kapitel sind wir halt jeweils. Gucken. Ach, ich gucke es lieber nicht nach. Mach später. So, Riko. Klauen. Ja, Autokugeln. Ich könnte auch mein Bestes endlich mal was erlernen. Ich freue mich auch. So, Baka. Mach wieder viel Platz. Zack. Kampfgeist. Ja, und der nächste ist soweit. Schreibe ich mich. Und Litzra auf Waka. Das ist nett. Ach ne. Verdammt. Wie kommt das nur passieren? Oh yeah. Trock schon Hiko. Mist. Trock schon Hiko. Mist. Oh ja. Verdammt. Verdammt. Das war ja viel. Naja. 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 Das war der Glück im Unglück. Wir haben aber einen Wunderstab bekommen. Das stimmt mit Wunderschlag. Und die Trefferkurse wird erhöht. Schwer. Was erlernt dann da? Sack, äh, Subbieter. Sackbieter. Sackbieter. Da könnte er sogar Schwarzmagie erlernen. Der vielleicht gar nicht mal das dümmste. Besonders in der Donnersteppe. Da müsste er vor den Umweg gehen. Das wären dann eins, zwei, drei, vier, fünfe, fünfe, sechse. Alter. Das wäre auf jeden Fall ne Menge. Ah, ich fand das andere besser, finde ich. Ein Unterhalt. Oh mein Gott. Oh, ich weiß nicht, alle sterben. Au. Nein. Wir müssen die Kuh aus. Ja. Alles tut, Monsters. Natürlich geil. Eigentlich hat's die Zahl. Und wer die für die Periscal experienced обсèst hat. Mh. Ich bugle mal. Auf jeden Fall der Orks Holyoke trotzdem Lane, figured ich mich richtig aus. das war schon verkehrt nein der Stöger ist aus das hätte ich nur mit Ehenschlag umbringen können hab ich mal lieber Angriffstee genommen nein ja genau das war eine gute Idee ok mal was geht mal was geht mal was machen kann ich noch mal wieder Probleme los ich dachte kalt Mist ich glaub jetzt wird jemand sterben das war ja klar immer sie oh das handlos gegen Riku ich bin der Kinn versporen und Riku andauern hier ich bin nicht dran jetzt in der ewigen was hat ich bin 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 今 ich bin uns ich bin los So. Jetzt ist aber was auf die Fresse. Obwohl, eigentlich könntest du sie jetzt auch mal so machen, ey. Du probierst mir nicht viel, aber du könntest... Und wo hab ich denn die Granaten? Ich glaub, das war's, ne? Das gibt die super... Wasserfälle. Danke. Also könnt ihr merken, wenn ihr zwei Granaten kommet habt, da wasserfall. Ist klinisch erwiesen. Und wir haben wieder mal gewonnen. Wieder mal heilen. Die Trinkstache sind immer die ätzendsten, ne? Für euch zumindest. Für mich nicht. Aber das ist immer schönes. Oh, da muss man Flossen machen. Mhm. Oh, zwei Stück. Ich hab zwei Krustofflöcken. Ich bin reich. Wenn ich die jetzt wieder essen, ist wieder alles so klinisch im Hals. Und weg mit dir. Ja. Das ist ganz toll. Nein. Wohenschleider fehlt mir noch, ne? Ja, okay. Shell. Ja. Shell benutzt auch so oft. Guck mal, was ist denn jetzt ab? Nix. Aber wacker. I'm good, ja? MP. Das sind solche Sachen, die ich überhaupt nicht brauche. Hm. Was? Ist mein' jetzt zu weit? Oh, zwei Sachen. Ja, die Magie von Markas gestiegen ist unglaublich wichtig. Ich bin da grad in der Donnerstrecke für den... Äh, ne Moment. Hier fehlen MP hat er 50. Und wir bräuchten ja was rar, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Level. Oh mein Gott. Das sind so viele. Ich hoffe, dass ich jetzt so lange trainieren werde. Ich hätte zwar die Ausdauer dazu, aber andere retten wahrscheinlich dann irgendwann so einen Kollaps. Was! Was schon über das? Und jetzt einfach mal wieder dabei. Das ist ein Scheiße. Aber ich bin immer kopf. Gut, mal. Nein! Ich brauche das große Panzer zu dran. Nein, Alter, warte. Ich hab ich mit Enrico Eyl. Ich hab den Lockmann die Mitte stellen. ja wer was du jetzt abzieht ja fast 100 da ist das für scheiße ach kacke ich jetzt hier bin ich jedes mal wieder und er hat wieder was geschickt wird wieder das viel besser diese füge mit hp kommt danach er hat ja so viele weiter kann er noch da geben was hat er da schönes gemach gar ich habe sich haska kenne gemacht das wieder ein glücksfäure was haben wir schon das bestechen ja ok da 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 das da was haben wir da schönes arretatib gehört auch zu nord na geh doch mal da reizen ah sind wir bei wiko fast angekommen wenn ich da lang gehe ok wenn ich jetzt hier hoch ach da komme ich dann eh nicht weiter weil dann der 3 spheroid ist wenn wir jetzt hier lang gehen dann kommen wir zu der war gelb wakka ah wakka ok dann sind wir bei wakka haben auch bald die schwarz magie wenn ich das richtig sehe ne wo war denn das hier unten irgendwo ne genau da so wenn wir da lang gehen da kommt level 1 wo passt so können wir oben lang gehen dann kommen wir da hin was lernt wir da na haska wow auch geil ja jetzt kommen wir langsam bald irgendwann zu den sachen die dann wirklich relevant sind jetzt kommen wir langsam bald irgendwann zu den sachen die dann wirklich relevant sind ich könnte jetzt noch mal angreifen mit ihr weil die sachen die ich erlernt habe habe ich ja schon erlernt das war heftig da das gibt es doch nicht was hat dieses blöde missfiel gegen riku alter das gibt es doch nicht könnte ich das jedes mal sterben lassen hat er das geblinzelt das der auf das auch na es ist da war also ich will aber die HP unbedingt haben damit der aushält, damit der richtig aushält das wollte ich nämlich 2 Level, äh scheiße hätte ich mitgerechnet, 1.900 hat er jetzt mittlerweile Let's go da 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 natürlich Dankeschön und jetzt geht's wieder was auf die Fresse und Supergirl und jetzt geht's wieder was auf die Fresse und Supergirl hab keinen besiegt, schau aber nicht schlimm ja, hier ein stumm hieber, sonst haltet er sich wieder selbst so Riku, nein die kleine Sachen da können wir auch Fortuna benutzen ja, wir haben Glück was kann ich noch auch benutzen da können wir auch was benutzen da können wir auch was benutzen ich halte dann so, oh ja ich werde doch jetzt benutzen und ein bisschen zu wenig Sachen ja, ich werde nicht mehr der ja Boah mach'n scheiss. Sie war grad's bandit. Bisse, Kumpi. Decis, wir kriegen's. Cool,итесь bien. weiter macht den sitz auf dich so vorausschau ich hoffe es kann auch sein wirklich die sachen basteln ja ich habe eine weltkarte Kraft und Kraft spirit was passiert dann? Panzergranate Schnell noch macht die Leid ein Baka macht Boah Baka alter was ist los? war hat lieber motiviert Panzergranate können wir jetzt auch muss man sehen wir mal aufschreiben die ganzen Dinger aber jetzt gibt es doch auch eine Liste für da kann man nachgucken wie viel Almosen äh da kann man mal mit Almosen kann man glaube ich die Gegner mit Geld bewerfen das ist auch so geil das müssen wir in der heutigen Welt mal machen äh wenn die Reichen dich nicht mögen bewerfen die dich mit 500 Euro bündeln die dich aufsammeln da würde ich auch sehr begrüßen für eine Art und Weise da würde ich jetzt einen Mohnschleier obwohl ich Shell eigentlich eh nie benutzen werde bei den Bestias aber ich jetzt wenigstens ich werde erstmal den Kappen und da ist das Lächeln und das ist Läuft Wack also kommt mal dein Glück Alter die mit Ola die wird so ultimativ ja du magst das? ich glaube ich mag dich ich mag dich ich mag dich mal wieder ich mag dich ja ich mag dich es ist aber scheiße drauf das kann man immer wieder noch erlernen so ist ja nicht wir werden jetzt in die Richtung gehen der braucht keine schwarze Marie dafür haben wir Lulu und sich eigentlich viel mehr helfen würde Der Schleier of the Moon. Oh shit. Nein. Riku, du schaffst das nicht, aber du bist halt da. Und tschüss. Und die nur Ekstase. Warte. Warte. Ich bin auf dem Rollen. Ach, ich bin auf dem Rollen. Riku. Und sie lernt nichts. Verdammt. Mädchen, du musst auch was lernen. Ja. Yeah. So, es ist natürlich die große Frage, in welche Richtung gehen wir jetzt? Oh man. Sooo. Scheiße, schwierig. Schlafheb. Drohen. Ja, total drin. Andeskraft um 4. Ich glaube, wir gehen in diese Richtung. Da kommen wir ja eh zu Gemachgar. Genau. Und bei Gemachgar gibt's ja auch wieder einen Angriff um 3. Und da oben war noch ein Angriffsdings. Das war schon 2300. Na ja, das ist so. So, er ist ein wenig unwäll, in die Entgänger, die ich immer so leicht platt mache. Das würde dementia gehen, aber... Das steht aber nicht. Noch lecker zu gehen. Da ist ein wenig unerwartes Gegenüber, die ich immer so leicht platt mache. Aber das ist einfach der Felste. Aber welcheridade ist halt fairest. Ich glaube, weil die Ecke cool ist, wenn man kämpfen kann. Nicht die Ecke cool ist, die Ecke cool ist. Aber das ist eigentlich nicht. Too late to beg for mercy! Hier we go! Keiner mal, ich kann eine direkte Kugel benutzen. Ich kann mal Fortuna machen, einfach so. Nur sehr Glück. Wir haben Glück. Ach nee, jetzt kommt all die Scheiß. Krachen-Schuppern, das brauche ich wieder für Wasser. Geh ne Handgranate, da ich nur noch alter, ich bin hier voll am Arsch. Ich kann ja mal... Haha, vorausschauen. Scheiße. Du bist jetzt noch mal dran. Na bloß! Ja! Ja! Na, Nachschlitzleven sind nicht mehr so leicht wie vorhin. Und dann! 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 Ihr habt keine Chance! Was kriege ich eigentlich von dem? Wow! Oh! Ah! Oh nein! Oh nein! No! Hm, 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 hm! Welcher Sch- 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 nicht auf Wacka Nein nicht auf Wacka Riko, es macht das viel platt Ich bin alles am Angst, dass sie mich trifft Wacka, 40, immerhin Wacka, Lernzau Dann nicht auf Wacka Dann nicht auf Wacka Dann bin ich in Ninthau Dann bin ich in Linthau ich will doch langsam mal weiter latschen ich weiß wie lange ich schon trainiert habe ich habe keine zeitangabe richtig zeichnet genau eine stunde zocken eine stunde trainieren eben schon wieso wusste ich das obwohl ich könnte eigentlich auch scheiß ja guckin engel zugleich mit vertagen kann es mehr jetzt und schön klinik fast immer eine zeigte sie von Das kann ja doch gar nicht. Das kann ja doch gar nicht die Attacken, bis das es vielmehr angreifen kann, aber so. Das war jetzt sehr gut. Das war mein Durchschnitt. Und das ist mein Abgang. Das war das falsche Vieh, aber nicht schlimm. Okay, ne Mist. Was? Wollen wir Angriffs-Tee machen? Oh. Nein. Ja, das hat dann ganz perfekt gehört. Und hier kommt der Schwinger. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Okay, das war's. Danke schön. Noch, 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 noch! Hucco! Ja, auf die Sustainer. Ah! Genau... Jetzt haben wir ab Artekreise. dran die kreis langsam weiter machen und weitermachen der rechte geschichte von der röm wird immer